Das ist Rainer. Bei Rainer beginnt der Fernsehabend meist auf dem Tablet, weil er im Programm stöbert. Manchmal sortiert er sich die Senderliste neu, damit seine aktuellen Lieblingssender immer ganz oben stehen. Heute Abend ist Vitali da. Die Jungs freuen sich auf einen entspannten Filmabend. Was gibt das Programm heute Abend her? Rainer sucht als erstes nach seinem Lieblingsschauspieler. Aber die angezeigten Filme können die beiden schon. Vitali möchte einen Actionfilm sehen. Aber auch hier ist heute nichts Passendes dabei. Rainer hat die rettende Idee. In seinen Aufnahmen liegt noch ein neuer Tatort. Ein kleiner Vibe und es kann losgehen. Viel Spaß Jungs mit WeipuTV.